Der FC Arsenal war im Januar sehr umtriebig.Pierre Maik Aubameyang und Henrik Mkhitaryan wurden verpflichtet, Alexis Sanchiz, Theo Walcott und Franzisko Quälin abgeben, zudem noch der Vertrag von Mesut Ötzi verlängert. Weitere Personaländerungen wird es in dieser Saison nicht mehr geben, aber dafür wollen die Gunners rechtzeitig mit den Planungen für die neue Spielzeit beginnen. Hierbei soll offenbar auch ein neuer Torwart ins Emirates-Stadium geholt werden.Zumal Altmeister Peter Zech bereits 35 Jahre alt ist und sein Vertrag nur noch bis 2019 läuft. Als potenzieller Nachfolger für den Tschechen, der bei der jüngsten 1 zu 3 Schlappe gegen Swansea City patzte, ist Jan Oblak von Atletico Madrid im Gespräch, wie der London Evening es TAMDAR die Anführungszeichen berichtet. Ohne Königsklasse kaum Chancen auf 100 Millionen Mann Oblak, damit hat sich Tiamanaga Arsene Wenger ein äußerst schwer zu realisierendes Transferziel auf die Fahne geschrieben. Zum einen steht Oblak bei zahlreichen anderen Top-Clubs wie Real Madrid, Paris-St.Germain und Juventus-Tourin auf dem Zettel. Zum anderen ist der 25-jährige Sloane alles andere als günstig.Auf satte 100 Millionen Euro beläuft sich die Ausstiegsklausel des begehrten Torritas, der bei Atleti noch bis 2021 unter Vertrag steht. Auf diese Summe werden die Rui Blancos wohl auch bestehen, will man seine Nummer 1 doch unbedingt halten. Ein möglicher Wechsel von Oblak zum FC Arsenal wird stark davon abhängen, ob sich ihr Ziel und Co. Für die Königsklasse qualifizieren.Die Gunner sind derzeit nur Sechster in der Premier League und haben bereits acht Punkte Rückstand auf die Top-4. Neuer Torwart im Visier. FC Arsenal will Oblak als Zech-Nachfolger bewerte diesen Beitrag bewerte diesen Beitrag.